Das funktioniert zum Beispiel nicht, das heißt aber ich kann hier auf jeden Fall noch einsehen in Bastion. Obwohl ich kann ja theoretisch auch... ...einmal Leitern basteln. So. Machen wir das hier hin. Das ist auch schon zu hoch. Machen wir das einfach hier und dann machen wir hier zu. Lass denn da Leitern dran. Genau. Und... Hauen hier jetzt einfach... ...eine Festung dran. Ähm... ... 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